Herzlich willkommen im Innenraum, hier im brandneuen Skoda Enyaq. Mit einem Blick sehen wir sehr viel Platz, sehr, sehr schön verarbeitet, sehr gut ausgestattet. Und das zentrale Element ist ja hier dieses im Grunde Tablet, was hier auf dem Armaturenbrett aufgestellt ist. Da lässt sich ganz viel auf einen Blick ablesen, da lässt sich viel individuell konfigurieren. Der Fahrmodus zum Beispiel, ob eher sportlich, ob eher umweltfreundlich. Wir sehen hier Radio Arabella, wir haben hier ein Navigationssystem und was mir besonders gut gefällt, ist die sogenannte Ambientebeleuchtung. Was steckt dahinter? Im Auto verbaut sind zum einen hier am Cockpit, zum zweiten aber auch in den Türen vorne wie hinten leichte LED-Leisten. Ganz klein, fast unsichtbar. Und hier lässt sich konfigurieren, in welcher Beleuchtungsfarbe das Ganze erscheinen soll. Also sommerlich beispielsweise eher gelblich, Winter dann eher das graue, Skoda die Hausfarbe in grün oder Race, das ist dann entsprechend rot. Ich persönlich finde Ocean ganz schön, das ist so dieses Türkis, dieses petrolfarbene. Also das ist wirklich ein Auto, echt zum Wohlfühlen.